Moin Leute, jetzt kommt es zur neuen Folge Terraria. Es kann sein, dass jetzt ab jetzt irgendwie, naja, ich habe jetzt seit der ersten Folge jeden zweiten Tag Terraria kommt. Ich werde es jetzt versuchen, weil ich so viel Aufnahmematerial habe von drei, vier Aufnahmeterminen, da habe ich echt viel einfach bekommen. In der Folge werden wir farmen, bauen vielleicht, keine Ahnung, werdet ihr sehen. Viel Spaß mit der Folge und let's go! Sooo, Höhle, Höhle, Höhle. Ach ja, mir wurde gestreamt, dass ich bitte ausmachen soll. Was? Meine Mutter hat mir gestreamt, dass ich bitte ausmachen soll. Okay. Ich glaube, die hat es nicht so gern, wenn ich mittlerweile so spitzig. Oh. Vor mir noch Trank, ja komm, ich hab das nicht. Dann leg ich meine Tränkwunze noch in die Kiste rein. Sooo. So. Na dann. So, jetzt wird durchgraben. Gute Nacht, euch. Ja, ciao. Gute Nacht. Zockt ihr morgen, oder? Ja, safe. Ja. Ah, okay. Dann. Ciao. Ciao. Okay. Sooo, ein Herz gefunden. Oh scheiße, Fledermaus. Ich lebe noch. Äh, ah, ja, das war die Taste. Schwacher Trank. Schienennetz. Ich lebe noch ein Herz. Holzpfeil, ja, brauche ich nicht. Ah, lol, hier war's, warte schon mal. Oh Gott. Okay, ich hab ein bisschen was mitgenommen. Oh Mann. Das ist geil scheiße, aber irgendwas. So. Schnell stapeln. So. Kann ich denn schon was mit meinen elf Dingens machen? Äh, so. Okay, äh, was machst du grad überhaupt? Jetzt geh ich wieder farmen. Ah. Dann komm ich gleich mit. Äh, es wird ab 4 um 8. 5 Minuten Dauer. Kann ich später trinken. In der Zwischenzeit kann ich auch problemlos die ganzen Viecher killen. Was hast du'n Schwert? Ich hab mir einfach schon ins Silberschwert gemacht. Okay. Einfach weil ich die ganze Zeit eher schon farmen war. Und mir dachte, wenn ich weiter farmen gehe, dass es dann einfach am besten wäre, wenn einer vorerst mein Equip hätte. Gescheit ist. Aber du hast ja dein Dingens, dein Bogen. Äh. Vorhin. Digga. So, äh, in der Kiste hab ich schon mal ein bisschen Zeug reingelegt. Fuckin' brau' ich. Bist du grad in der Höhle jetzt? Nee, ich lauf' gerade nach rechts. Äh, zur Wüste. Okay. So, weg, 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 weg. Leuchtig, spinn' jetzt natürlich noch ein... ...aufwähigen. Schwert weg, ist einfach ne Platzverschwendung. Soll ich auch reinlegen. Ich hab zwei Amethisten vorhin gefarmt, okay. Oh. Du bist gestorben. Jo. Ich geh stürmen. Abfuck einfach grad. Jo. Das mit den Stürmen ist echt der Fall, mir ist richtig abfuck geworden. Nee, aber die gibt's wirklich länger. Hä? Die gibt's seit der 1.13. So ein Stürmer sind nicht seit der 1.3, da sind sie seit der 1.3.5. Also, nicht der bei der 1.3. Weil, weil die 1.3 ist schon etwas länger draußen und die 1.3.5 ist irgendwie so, äh, seit, äh, November, Dezember so rausgekommen. Ja, es sei denn, sie kam in nem späteren 1.13 Update raus, das ist zu der Zeit jetzt veröffentlicht worden. Ja, das ist eher wahrscheinlich. So kann ich nicht trinken. Ich hab ein scheiß Wohnloch trank und kann's nicht nutzen. Ja, geil. Du musst auf mich drauf, äh, du musst auf die Map, auf mich draufklicken. Ah, so wie ein Scheiß, okay. So, Sandsturm hat sich hier glücklicherweise gelegt. So, wie zum Sandsturm hat sich gelegt. Ist es gerade ein Sandsturm gekommen, oder? Ja. Ja. Hab ich nen Würmloch? Nein, ich hab kein Würmloch. Oh, scheiße. Aber vielleicht hat... Okay, hier ist nichts. Ach so, hat sein Würmloch aber leider nicht abgegeben. Vielleicht hat der auch keinen. Was? Vielleicht hat der auch keinen. Doch, ich hab ihm... ...einen gegeben. Ach, okay. Oder zwei. Warte, hast du's auf den Boden gelegt? Ja, ich hab einmal auf den Boden gelegt, für dich, und einmal... ...hab ich einen Basti gegeben. In die Küste rein. Okay. Ja, wenn du's, ähm... ...für Bastia auf den Boden gelegt hättest, dann hätt ich, äh, drei. Oh, Gott, es will... ...du willst da nicht runter. Sag dir nur eins, du willst da nicht runter. Warum nicht? Da sind tausend Viecher. Also von den etwas größeren Viechern. Die halt, keine Ahnung, drei Millionen HP gefühlt haben. Oh, okay. Also rieselustige Viecher. Ja, besser gesagt, die, die dich two hätten. Ja gut, das gefühlt jenes wie so, aber... ...die halten mehr aus, als so ein Zombie. Ja, du meinst diese Löwen, oder? Äh, so ein kugelartiges Ding und drei solche Ameisen. Aber ich mach dir ein bisschen Schaden mit meinem Stab. Warum kann ich hier so tief runter, ohne irgendwie... Ah, gut, da ist verharrtet, der Stammensstein. Alter, die... ...die Höhle ist hier echt der größte Schrottgrad. Da kommen gleich noch, äh, ein bisschen weiter unten sind noch solche fliegenden Wichsviecher. Ich bin jetzt auch in einer. Okay. Hört sich recht nah an. Ich hab, äh, gehört, dass du irgendwas zerstört hast. Hm, okay. Na, auf der Map sehe ich dich sogar. Ja, geil, das erste Mist, ich gekillt. Jetzt noch drei Ameisen. Ich hab dir nur einen Scheiß Schaden bekommen. Ich muss... Was musst du? Z aufpassen, die sind nämlich Ameisen-Bögen. Und die machen Schaden. Alter, es wird echt langweilig, wenn ich die ganze Zeit so machen werde. Okay, ich hab die eingesperrt. Dankeschön. Na geil, jetzt kommen die scheiß fliegenden Viecher auch noch. Okay, ich hab die eingesperrt. Huch. Habe ich auch verkehrt? Ja, hab ich. Ja, hab ich. Geiles. Vielleicht wär's tiefer geiler, aber das, was ich sehe, ist einfach nur purer Horror. Man kommt nicht durch. Alter, ich mach an diesen Ameisen-Löwen. Wenn ich critte nur acht Schaden. Was hast du für ein Schwert? Kupfer. Äh, nicht Kupfer. Nein. Ich hab Holzschwert. Acht Schaden macht's. Mach ich, ich mach das. Geht sogar. jetzt ist es sich jetzt kommt es wieder heftig ja geil so sterben würde ich ja da drüben wäre noch was wir haben ein fettes problem die kommen jetzt von der anderen seite fau mal schnell hinter uns zu es sieht auch gut aus ist aber nichts drin ein bisschen blei blei wichtig du meinst du mit dem zu weit den lebensstuhl abbauen da bräuchten wir da muss man es nicht selber hier habe ich noch was nach unten gesehen das ich noch mal nicht okay noch meine kiste spikes und platine ist es glaube ich oder silber silber aber trotzdem gut da stimmt abbauen da gut habe ich bekommen das ist noch mal einer ja dann von unten vielleicht durchgraben oder so weil er würde ich die ist reingeflogen ja und ich habe ein gold verloren das ist scheiße ich grab mich mal darunter durch ja aber die hat das gold auf gesammelt ja wie sehe ich ja ameisenlöwe ich will aber trotzdem zur kiste irgendwie hin okay da ist ein block was ich noch nicht zerstören kann also eine bessere spitzhacke habe ich nicht ich mache es ein bisschen anders jetzt dass ich irgendwie durchkomme sandstein gleich wieder sandstein bauen dass der jetzt drecksvieh mich nicht angreift hoch wie ich mich gerettet habe okay jetzt zeigt mir eine scheiße meldung dass ich meinen fernseher so lange nicht genutzt habe sagst du was jetzt ist gerade eine meldung einfach aufgetaucht weil ich meinen fernseher gar nicht so richtig genutzt habe also keinen kanal oder so gewechselt habe ok da ich sehe bomben und schneller rennen so ein schuh bisschen blei und rückruf trank zweimal also den schuh kann ich nutzen dann habe ich übrigens etwas also was hast du rausgekriegt so ein schuh dass ich schneller rennen kann ok soll also drüben habe ich nichts gesehen also graben wir uns ok ohne 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 scheiße kacke du willst mich verarschen zumindest hat man die kiste noch gelootet also da mal bisschen blei bekommen und ein bisschen silber ja komm geh mal kurz hoch vielleicht ah wohl der fremdenführer ist oben warte kann man kann man kann man kann man sogar jetzt schon ok was konnte man schon immer fragen was man machen kann hier ach ja ja seitdem das ding jetzt raus ist ok ähm glas ja denk ich tue mal ein bisschen hm ich habe jetzt zwei kisten also ich habe hier paar kisten schon mal aufgestellt blei kann ich rein welcher idiot hat hier oben holzklappen platziert ne nicht ich aber falls du sterne hast könntest du es dann mir geben äh so ey ja kann ich dir geben aber ich habe momentan gar keine ja nicht jetzt halt wenn du irgendwas hast das meine ich nicht ok wir könnten jetzt in die höhle gehen sagt keine er löst seine ein ja einen dass ich auch zwei habe ja ok äh wo ein gamer höhle vielleicht vielleicht ne wir haben keinen seitscheiße ich hätte 200 seite ja dann könnten wir bei unserem ding runter graben wo unser normales seil ist machst du auch ein silberbreitschwert äh magst du auch ein silberbreitschwert haben wenn es mehr schaden macht dann ja bitte elf ja bitte wäre schön so so sonst noch dann mach ich mir das da noch wie kann man Dinge zerstellen äh was äh pfeile 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 könntest du bräuchte es halt bestimmte sachen holz safe ja keine ahnung holz metall keine ahnung weisen halt keine ahnung ich frag mal schnell einen fremden führer ja mama ich frag mal was kann ich denn da damit herstellen ich sag nur eins ich hab 16 bomben 17 17 ok also kann ich mich jetzt echt etwas austoben ja mama warum ist eigentlich das teig kaputt deines was mein gutes mama hast du das eine ja für meine ich habe eine bombe gelegt was brauche ich dafür holz und stein da nix da auch nix stein und holen nächsten tolles klappen als ob ihr jetzt halt einfach alles holz verbraucht hat als ob ihr alles holz verbraucht habt wie also eigentlich bist du holz geblieben also normales holz ist ja auch von samsung das weiß ich du kannst ja mehr gas geben so durch ach komm sandsturm immer wieder der sandsturm wie oft ist der am tag 300 mal kurz an aus an aus an außer ja es ist einfach nur nervig du bist tot oder nee ja ich bin tot ich laufe in die andere richtung weil da die ganze die ganze zeit der scheiß sandsturm nervt okay ich komme zu dir warte bitte ja ich werde richtig weit nach krank versorgen und den links osten norden ist oben süden ist unten westen und osten rechts links ja das stimmt halt wirklich hier gibt es ja auch tageszyklen von der sonne her ja und links geht sie auf und rechts geht sie unter ja 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 gut ich fahre mal ein bisschen holz dann habe ich etwas was so so ich habe mir mal schnell ein bisschen pfeile gecraftet okay habe jetzt 1200 pfeile oh ne 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 ich will nicht sterben ich will nicht sterben nicht 1200 pfeile 1020 pfeile zur not ein Würmulo hatch hier noch oder und was noch mal ein Würmulo hatch hier noch äh ich glaube zwei sogar ja zwei habe ich sogar ich laufe bissel mehr nach der äh längs gerater weil ich sehe ich sehe ich ja ja geil ach da ist auch schon wieder so ein scheiß sandsturm f*** dich doch bombe du musst deine arbeit erledigen waren immer die bomben so scheiße was waren bomben immer so scheiße wie jetzt ja oh schade granaten ist das was du brauchst so weit hoch komme ich jetzt auch nicht also ich bin da locker easy drüber gegangen aber du hast ja schon ein großteil gemacht ja ein großteil ja jetzt muss ich wieder laufen Wurmloch äh Wurmloch kannst doch soll ich dich dafür verschwenden ja ist Würst drücken wir uns eh wieder rein geil perfekt der eine hat uns komplett gekillt geh mir doch lieber nach rechts rechts ist auch der scheiß sandsturm oder so ja von dem her macht uns los ja ok tschüss wir sehen uns vielleicht irgendwie irgendwo feststecke na gut also die schuhe sind schon geil sicher ist mit dem rennen ist schon geil aber später werden sie schon etwas schlecht sein was ja ja es ist nicht kein sandsturm mehr später kannst du mit wasserläuferschuhen zusammen tun und mit noch irgendwelchen zahlen ach geier verpiss dich geier ich will net nein geier du Huren okay jetzt drüber ja mein jetzt noch mit Eis bauen jetzt noch mit Eis bauen Aua wenn ich verdreffen würde ja ich habe auszusehen mein Stab verliegt äh Achtung 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 Aaaaaaah ich bin tot lauf einfach lauf da sind zwei hinter dir ich bin aus der Wüste draußen und hab's abgehängt oh das ist danach nach der Wüste normales Biom normales Biom so bin wieder da das war jetzt mein Jetztes ich könnte mir vorstellen dass man hier vielleicht Gutfarben rein könnte doch da ist tatsächlich eine Kiste Pumarang Granaten und Seile ja die Sachen sind okay der Pumarang ist macht neun Schaden leider nicht äh der Pumarang der leuchtet das macht schade aus dem Fisch okay das wird ein bisschen ätzend oh hier ist Dschungel das meine ich ja mit ein bisschen ätzend aber es gibt im Dschungel viel Gold ich hab grad wieder ne Kiste da war Kupfer Regenbogen Regenstrom ja mein äh Marcel ich mag mal nix sagen aber ja 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 einfach runter einfach runter nein besser nicht wie tief gehts noch lebst du noch ja gut hast du dich einbaut ja einigermaßen halt ich glaub ich versuch mich jetzt einfach um hier runter zu graben und nicht zu verrecken ich schau dass ich wieder zu dir hin komm eigentlich müsste ich jetzt auf langsam aber ich spiel noch bissl 15 immer diese illegalen Masse ist 15 immer diese illegalen Masse ist okay bisschen weiter runter ich schlag dort ne Axt ne Axt okay mh aber der Bogen der ist echt nützlich ja besonders gegen solche Dämonen Augen ja davon hab ich grad zwei verlangst nicht hunderte sind bei mir waren es gerade fünf Stück ist nacht oder was jo oh viel Glück beim herkommen ich tu grad ein Dämonenauge grad killen versuchen mit meinem Stab einfach dass ich bisschen auf Distanz bleib so erstes Dämonenauge tot oh noch ne Küste schon wieder ein Wurmlochtrank ja und ich hab es jetzt noch gar keinen eingesetzt ja ich hab schon wieder ne Kiste aber naja Aua was ist das so n Ding? ja ok ich geh mich dann mal vergraben was Junge Drei Ameisenlöwen und vier Dämonenauge oh Aua naja ich kämpf grad bis so soll vielleicht noch mal ne 2 also da geht's schon etwas tief runter und das ein lebenskristall ungefähr da bei dem ersten Tod von dir da in der Höhle da ist ein lebenskristall sei schon mal ich weiß habe ich gesehen sollen wir vielleicht mal schnell ne andere Welt erstellen zum Farmen naja ja könnte also so wie ich das hier seh sterben wir hier nur noch ja ja kannst du machen ok mach die Spiegel mal beenden schnell ja so hoffentlich hat euch das Video gefallen äh Felix wird auch noch vielleicht mit einer Wahrscheinlichkeit auch auf YouTube packen wann keine Ahnung ja hoffentlich hat es euch eigentlich das Video gefallen in der nächsten Folge werden wir glaube ich in der Farmwelt sein und ja tschüss bis dann